2020 war für uns alle ein merkwürdiges Jahr und sicher steht nicht allen der Sinn nach Feiern und Weihnachten. Aber ich hoffe trotzdem, dass diese Tage für Sie zu einer wertvollen Auszeit werden. Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und eine geruhsame Zeit zwischen den Jahren. Genießen Sie die anstehenden Feiertage, in welcher Form auch immer. Ich hoffe, Sie finden einen Moment des Durchschnaufens und der Besinnung auf die wesentlichen Dinge. Auch für diejenigen, die Weihnachten allein verbringen, ich bin in diesen Tagen ganz besonders in Gedanken bei Ihnen. Und wenn Sie kein Weihnachten feiern, weil es nicht zu Ihrer Tradition gehört oder weil Sie sich so entschieden haben, dann wünsche ich Ihnen nicht weniger, dass Sie an diesen Tagen zur Ruhe kommen können. Danke an all diejenigen, die an Heiligabend und an den Feiertagen arbeiten, um für uns alle die Grundversorgung aufrechtzuhalten. Insbesondere danke ich dem medizinischen Personal und den Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung, die auch während der Feiertage und zwischen den Jahren gegen die Pandemie ankämpfen. Danke an jede und jeden von Ihnen für all das, was Sie in diesem so merkwürdigen Jahr geleistet haben. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 20 20 20 20 20 sich.